Wirklich gute Waffe. Kämpfer des islamischen Staates morden auch mit Waffen, die aus Europa geliefert wurden, auch aus Deutschland. So zeigen die Bilder dem sogenannten islamischen Staat mit genau den deutschen Maschinengewehren, die die Bundesregierung an die Peschmerga-Kämpfer geliefert hat. Der IS könnte sie von ihnen erbeutet haben. Von hier aus geht der Tod in die Welt. Oberndorf am Neckar, Kleinstadt am Rand des Schwarzwalds. Hier werden seit über 200 Jahren Waffen gebaut. Von Rheinmetall-Defens, von Malzmauser, unten im Neckartal. Von Heckler & Koch hoch oben über der Stadt. Hier wohnen Menschen, die stolz darauf sind, Kriegsgerät zu bauen. Und andere, die nicht verstehen, wie man von Tod bringenden Waffen leben kann. Vor mehr als 30 Jahren war ich mit der Kamera schon einmal in Oberndorf und produzierte einen Dokumentarfilm mit dem Titel Fern vom Krieg. Damals kämpfte ich in der Neckarstadt gegen ein Kartell des Schweigens. Keine Dreherlaubnis, keine Interviews. Diskussionen mit Oberndorfern gab es erst bei der Uraufführung meines Films im einzigen Kino der Stadt. Jeder entschuldigt sich, dass er Waffen baut. Ich bin stolz darauf, solche Waffen zu bauen hier. Wenn Sie sich da stolz drauf fühlen, solche Waffen herzustellen, dann müssen Sie aber auch stolz drauf sein. Solche zehn blutig verschmierte Leichen, die im Dreck rumgezogen werden und Soldaten mitgewähren, dass solche Bilder gezeigt werden, dass solche Bilder Realität sind. Da müssen Sie auch stolz drauf sein, auf solche Toten. Der junge Mann da drüben, ich kenne ihn nicht, hat also gesagt, ich müsste dann stolz drauf sein, auf Leichen. Das ist ein absoluter Blödsinn natürlich. Verstehe ich, wenn Sie meinen, es geht gegen Oberndorf, also ich sage aber nein, das ist an keinem Punkt. Es spielt in Oberndorf, die Geschichte spielt in Oberndorf und das ist ein Stück deutsche Geschichte. Das ist ein Stück, ja, gut. Wenn das in die Welt hinauskommt, dann geheiß das doch, in Oberndorf wurden das gebaut 45 und in Oberndorf werden wieder Waffen gebaut. Ich bin hier nicht als Außenstehender hineingekommen in diese Stadt, um Leuten vor den Kopf zu stoßen, sondern ich wollte einfach mal wirklich unverblümt, unbequeme Sachverhalte wirklich in der genügenden Drastik schildern. Einen Gefallen wollten Sie mit Ihren Filmen den Belegschaften von Mauser und Heckler und Koch sowie den Oberndorfern bestimmt nicht erweisen. Sie können beruhigt sein. Sie haben es auch nicht getan. Danke. Oberndorf ist zusammen mit dem benachbarten Rottweil eine Hochburg der schwäbisch-alemannischen Fasnacht. Das Orangenwerfen hat eine besondere Tradition. Türkische Gewehrkäufer brachten die Südfrüchte im 19. Jahrhundert aus ihrer Heimat mit. Werbung für einen treuen Kunden bis heute. Viele Oberndorfer nahmen es mir damals übel, dass ich diese Tatsache mit ihrer heiligen Fasnacht in Verbindung brachte. Jetzt, gut 30 Jahre danach, sind wir wieder da und wollen wissen, ob die Oberndorfer immer noch stolz darauf sind, Waffen zu bauen, die in der ganzen Welt Abnehmer finden. Von manchen der älteren Oberndorfer werde ich wiedererkannt. Zunächst ist der Empfang freundlich. Im Fasnachtstrubel entdecken wir einen bekannten Politiker. Volker Kauder, Fraktionschef der CDU-CSU im Deutschen Bundestag, hat hier seinen Wahlkreis. Neben ihm Hermann Acker, der Bürgermeister. Er gibt schon lange keine Interviews mehr zum Thema Waffen, hat er uns mitgeteilt. Dass wir wieder in Oberndorf drehen, hat schnell die Runde gemacht. Wir werden in eine der traditionellen Narrenstuben eingeladen, in denen sich die Alteingesessenen zum Schwätzen treffen, wie es hier heißt. Manche von ihnen nehmen mir meinen Film von 1984 immer noch übel. Über meine Anwesenheit nicht erfreut, haben einige den Raum verlassen. Ich merke, es wird auch diesmal schwierig mit den Oberndorfern. Gut, dass ich einige kenne, die mir Türen öffnen wollen. Zum Beispiel Roland Biswurm, der hier geboren ist, aber seit vielen Jahren nicht mehr hier lebt. Das ist mein Heumet. Da bin ich geboren, da gehöre ich her. Das ist auch ein bisschen eine Erleichterung von dem Gefühl, seit 200 Jahren eine Waffenstadt zu sein und eigentlich für den Tod zu produzieren. Ich glaube, dass das ganz, ganz, ganz tief drin eine Rolle spielt. Aber wenn du jetzt die Leute hier fragst, dann wird dir niemand darauf eine Antwort geben. Weil das ist so ein großer Schmerz, dass da niemand widerspricht. Wenn du jemanden 100 Jahre kennst, schau, wir sind miteinander, also ich bin ja mit den Leuten hier aufgewachsen. Und erst nach, ich bin jetzt 54, Sabine war ja älter als ich, zwei Jahre. Und erst vor drei, vier Jahren haben wir darüber sprechen können, wie weh uns das tut. Also es gibt Schmerzen, die sind so groß, da sprechen wir nicht drüber. Der große Schmerz von Oberndorf? Was könnte dahinter stecken? Dass die Rüstungsarbeiter in der Region selbst nicht mehr einverstanden sind mit dem, was sie tun? Dem will ich nachgehen. Mit Roland Bisswurm verabrede ich mich am Abend im Haus eines Cousins. Mit dabei sein Freund Thomas Kästner, der auch nicht mehr in Oberndorf lebt, aber jedes Jahr zur Fasnacht zurückkommt. Ich meine, wir sind beste Freunde, verstehst du, wir kennen uns schon ein halbes Leben lang. Und wir telefonieren in ständiger Regelmäßigkeit und nicht einmal zwischen uns, also zwischen uns ist eine große Offenheit. Und wir tun uns oft sehr schwer, so Sachen auszusprechen, die einen großen Schmerz bereitet. Also je größer der Schmerz ist, desto schwer ist es, darüber zu reden. Die Leute wissen alle, dass sie jeden Tag eine Todsünde begehen, dass es nicht recht ist, Waffen zu produzieren. Das wissen die Leute. Und wenn einer kommt, so wie du, ein Reingeschmeckter aus Köln und hält denen da einen Moraldienst vor, dann sagen die zu Recht. Was will der? Der kann doch den Schmerz gar nicht empfinden, den hier über 200 Jahre die Leute prägt. Deswegen ist die Fasnacht ja auch so lebendig. Weil das so bildhaft so, das ist die einzige Möglichkeit, die man hier hat. Und das macht mich so traurig. Roland zeigt uns die Stadt. Heckler und Koch oben auf dem Lindenhof. Unten im Tal das ehemalige Kloster, in dem 1812 die Waffenfabrikation begann. Also rechts davon da standen, ja, das was in der Verlängerung steht, der Schwedenbau, haben in diesen Gebäuden angefangen, Waffen zu machen. Deswegen empfinde ich das als Sakrileg in einem Kloster, das einer gestiftet hat, der Schutzpatron vom Kulturgut ist. Wie Wein, Bier, Brot, das sind die elementarsten Kulturgüter. Also das ist die Heimstadt, die Wohnstadt von Leuten im Geiste des Augustinus. Und da darf man einfach, das darf man nicht, darf man keine Waffen bauen. An manchen Stellen wirkt Oberndorf wie tot. Dieses riesige Gelände war die letzte Brauerei in der Stadt. Und nach dem quasi Zusammenbruch der Firma steht das jetzt leer, schon vielleicht zehn Jahre. Und jetzt hat sich nach langem Hin und Her, es war immer wieder umstritten, was mit dem Gelände passieren soll. Und jetzt hat scheinbar die Stadt das gekauft, soll das alles abgerissen werden und soll ein komplex hierhin, ein betreutes Altersheim, betreutes Wohnen. Ich komme ja immer zurück und beobachte das ja, diesen langsamen Verfall, dieses Sichtum. Und jedes Mal bricht es mir das Herz, wenn wieder ein Gebäude zu ist oder ein Lade zu ist oder ein Gebäude fehlt. Hotel zur Linde, das muss bis in die 70er Jahre, muss das noch relativ gut frequentiert worden sein. Weil meine Mutter hat immer gesagt, wenn wieder so Einkäufer aus Saudi-Arabien da waren, von Heckler, für Heckler, von Heckler, hat meine Mutter immer gesagt, es sind wieder Tischdürcher in der Stadt. Was heißt das? Die hat so Tischdürcher auf dem Kopf hin. Na, ihre, wie heißt das? Eine Turban-Scheißdreck. Tischdürcher halt. Saudis. Der Saudi ist wieder da. Bundeskanzler Helmut Kohl wurde heute Nachmittag in Jeddah vom saudischen Kronprinzen Abdullah mit militärischen Ehren begrüßt. Empfang für deutsche Geschäftsleute, die in Saudi-Arabien leben, im Garten der Deutschen Botschaft in Jeddah. Der Bundeskanzler hatte geladen. Hände schütteln, Gespräche im Vorübergehen. Was sie machen und woher sie kommen, will der Kanzler wissen. Herr Bundeskanzler, ich bin in Bayern, arbeite ja für eine schwäbische Firma hier. Für wen denn? Für Heckler & Koch. Ach, das weiß ich, Bescheid, natürlich, das finde ich gut. Betreffrichtlose Kündigung. Sehr geehrter Herr Ott, wir kündigen Ihnen das Arbeitsverhältnis außerordentlich. Begründung. Am Freitag, den 17. September, hat in Böblingen eine öffentliche Versammlung stattgefunden, in der Sie als einer der beiden Haupträder aufgetreten sind und in heftigster Form gegen die Firma Heckler & Koch GmbH agitiert haben. Ihn treffe ich nach über 30 Jahren wieder. Konrad Ott, ehemaliger Werkzeugmacher bei Heckler & Koch, entlassen 1982 wegen kritischer Äußerungen gegen seinen Arbeitgeber. So eine Situation vergisst man nie. Es war einfach so emotional und so, ja auch belastend. Aber ich habe aus der Not eine Tugend gemacht und konnte mein ehrenamtliches Engagement, das ich damals für die IG Metall als Vertrauensleuteleiter und als Betriebsrat hatte, zu meinem Beruf machen. Und von daher hat jede, auch noch so schwierige Situation, auch immer eine neue Chance. Was ist denn heute anders mit dieser Firma Heckler & Koch? Ja, erstens, dass es ein Hochsicherheitstrakt ist, das gab es früher alles nicht. Da konnte man direkt zum Werkstor gehen. Zweitens, dass, wo ich noch dort gearbeitet habe, 2000 Leute bei Heckler & Koch gearbeitet haben. Es gab einen Maschinenbau, der noch dabei war. Und jetzt ist es reine Rüstungsproduktion und von daher natürlich auch sehr, sehr risikoreich, was die Arbeitsplätze angeht, wenn die Rüstungsaufträge mal ausbleiben. Nee. Im Leben nie hätte ich dich wiedererkannt. Im Leben nicht grüßt ich. Wahnsinn. Ja, sag mal. Geht's gut? Na, außer Erkältung geht's mir gut. Uli Pfau und seine Ex-Ehefrau Anne Frank gehörten zu den wenigen, die Konrad Ott damals unterstützten. Sie haben sich ebenfalls jahrzehntelang nicht mehr gesehen. Ah ja, okay. Anne und Uli waren damals tragende Säulen der Friedensbewegung in der Waffenstadt. Nur rund ein Dutzend Friedensbewegte beteiligten sich Anfang der 1980er Jahre an Demonstrationen gegen Atomraketen und Waffenexporte. Sagen Sie bitte, was halten Sie von der Friedensdemonstration hier in Oberndorf? Frieden ist ja richtig, aber. Für den sind wir auch. Sind wir auch der Führer, aber irgendwie bringt's nichts, wenn die das geht. Sind Sie selbst in der Waffenindustrie beschäftigt? Ja, bin ich drin, ja. Bei welchem Betrieb? Heckel und Koch. Die Naturfreundejugend recherchierte damals das Thema Zwangsarbeiter im Zweiten Weltkrieg bei der Gewehrfabrik Mauser. Sie forderte von den Stadtoberen Gedenksteine für die Menschen, die bei Mauser zu Tode geschunden oder von der SS ermordet worden waren. Das war diese Zeit, wo wir sehr aktiv waren. Und dann hat sich jetzt meine berufliche Laufbahn verändert. Ich habe dann nochmal eine Ausbildung gemacht und habe mich dann selbstständig niedergelassen als Seepamme. Aber die friedensbewegte Zeit, von der habe ich nur marginal was mitgekriegt, wenn ich mich ab und zu mal mit einer Frau von früher getroffen habe. Ich glaube, man muss schon sagen, die Naturfreundejugend Oberndorf kann wirklich stolz auf sich sein, weil die Erinnerungskultur würde es in der Form, zumindest zu so einem frühen Zeitpunkt, hätte es die nicht gegeben. Und gegen große Widerstände. Also von daher war ich damals auch sehr beeindruckt. Und in der Zwischenzeit bin ich auch Naturfreunde-Mitglied. Zur Erinnerung, das ist ja im Grund aus dem Protest herausgewachsen, dass mein Vater den Stein dahin gesetzt hat. Er hat jahrelang gegenüber der Stadt vertreten. Wir brauchen so ein Mahnmal zur Erinnerung. Und die Antwort war zunächst, was war da überhaupt? War da was? Und als dann riesige Listen mit Zwangsarbeiternamen aufgetaucht sind und die Leute selber zu Besuch gekommen sind an ihren alten Arbeitsplatz, dann hat sich die Frage erneut gestellt, ja, wieso jetzt nicht? Es wäre doch höchste Zeit für ein Mahnmal. Ach, man muss doch auch vergessen können. Das sagen die Täter. Ja, ja. Das sagen die Täter. Die Geschichte vom Gedenkstein für die Zwangsarbeiter bei Mauser hatte mich schon in dem alten Film beschäftigt. Sie ist noch immer nicht zu Ende. Auch nicht für Ulrich Pfaff. Es ist das Mahnmal, das mein Vater hinterlassen hat. Es ist wahrscheinlich das einzige Mahnmal, das an die Zwangsarbeiter erinnern soll. Und das von privater Hand auf privatem Grund und Boden erstellt worden ist. Als ich das Ganze übernommen habe nach seinem Tod, da habe ich ein paar Ergänzungen angebracht. Zum Beispiel dieses weiße Schild und da steht Mauser wieder drauf. Und sofort hat auch der Vandalismus wieder begonnen. Da wurde mit Salzsäure gekleckert, da wurde Streusalz auf die Blumen draufgeschmissen, um sie zu vernichten. Das sah hier aus wie verbrannte Erde. Da wurde sogar drauf geschossen. Dieses Mahnmal ist ein Stein des Anstoßes geblieben für viele Leute. Vater Hermann Pfaff war im Krieg bei der Waffen der SS. Später wandelte er sich zum Pazifisten. Auch sein Sohn, der evangelische Diakon Ulrich Pfaff und dessen Frau Renate, sind Pazifisten. Sie hatten etliche Jahre als Entwicklungshelfer in Afrika verbracht und kehrten Mitte der 90er Jahre in ihre Heimatstadt zurück. Es heißt, acht von zehn Familien haben damit getroffen. Wir haben damit zu tun oder zu tun gehabt. Mein eigener Urgroßvater war Arbeitsmigrant, der nach Oberndorf gezogen ist, weil es hier gute Arbeit und guten Lohn gab. Die Generationen runter bis zu meiner Person haben nacheinander in Oberndorf in der Waffenproduktion verdient. Wir haben immer vom Töten gelegt in Oberndorf. Über seinen Vater schreibt Ulrich Pfaff jetzt ein Buch. Er wollte einen Beitrag dazu leisten, dass eine solche Katastrophe, an der er ja beteiligt war, um nicht zu sagen aktiv mitgewirkt hat, dass so eine Katastrophe nie wieder möglich wird bei uns. Als Kinder brauchten wir nur in den ersten Stock hochzusteigen und das kleine Dachfensterchen hochheben, rausschauen. Und da hatten wir vollen Blick rein in das Zwangsarbeiterlager, wo gebrüllt und geschrien wurde und auch mal geschossen wurde. Wir haben die ganzen Brutalitäten aus nicht zu weiter Entfernung mitbekommen. Wie alt warst du damals? Da war ich acht Jahre alt. Hattest du Angst? Hast du dich versteckt? Diese Angst hatten wir, mit der lebten wir täglich. Denn es wurde uns Angst eingeimpft gegenüber diesen fremden Menschen. Sie haben für die Nazis ja als Untermenschen gegolten. Eine Exkursion in den Oberndorfer Untergrund. Er ist von kilometerlangen Stollen durchzogen. Mit einem Bekannten von Ulrich Pfaff als Führer erkunden wir das Labyrinth. Die Mauser-Werke gehörten im Nazireich zu den kriegswichtigen Betrieben. Bei Mauser arbeiteten damals bis zu 12.000 Menschen, davon bis zu 6.000 Zwangsarbeiter. Für sie wurden die Tunnel gebaut, Schutz vor Luftangriffen durch die Alliierten. Wir stoßen auf Spuren der Zwangsarbeiter, so frisch, als seien sie von gestern. Wolfgang Strittmatter weiß, wo man sie finden kann. Wisst ihr noch was, wo man war? Hier schrieb es 19.11.1944. Und dieser holländische Name fand oft. Die Nummer kann ich nicht lesen. Ja, wir haben zwei Stellen hier im Stollen, wo eine Inschrift vom holländischen Zwangsarbeiter eingraviert ist. Der hatte damals wahrscheinlich den Auftrag im Stollen, einfach ein Löcher zuzuspachteln mit Zement. Und an zwei Stellen hat er seinen Namen eingeritzt. Und das Datum, 15.11.1944. Genau, ja. 15.11.1944. Van Hoften hieß der. Ja. Schon holländischer Name. Ja. Und die Zahl 005. Ja. Man schaut noch einmal an der anderen Stelle an, die sieht genau ähnlich aus. 280 Zwangsarbeiter starben an Krankheiten oder an Erschöpfung. Für die Öffentlichkeit ist diese Unterwelt nicht zugänglich. Steinschlaggefahr heißt es von der Stadtverwaltung. Roland Bisswurm hat bis zum Abitur in Oberndorf gelebt. Zum Studium ging er nach München und wurde Radioreporter beim Bayerischen Rundfunk. Dieses Jahr will er sich um das Amt des Bürgermeisters in Oberndorf bewerben. Seine Eltern und Großeltern hielten diese Fotos vor den Kindern verborgen. Sie zeigen das im Ersten Weltkrieg zerstörte Gesicht seines Opas August. Na ja, dem ist scheinbar da ein Dum-Dum-Geschoss irgendwie eingedrungen. Die waren ja von der Kriegswaffenkonvention geächtet, Dum-Dum-Geschoss bis heute glaube ich sogar. Weil es Streumunition ist. Das heißt, die dringen in den Körper ein und zerreißen dir halt alles. Und das ist dem passiert. Die Kriegsverletzung, das war ein Thema und war keins. Also man hat es ja dauernd gesehen, man hat ja dauernd gesehen, wer so an der Tischkette ist. Und dann hat man so für ihn das halt gemacht, weil es ja quasi ein Patriarch war. Also ja, heute sind die Dinge ja ganz anders. Heute wäre es selbstverständlich, dass er sich sein Zeug selber herrichtet. Aber das war ja damals nicht so. Das hat ja quasi seine Tochter gemacht. Und da gab es ganz irre Spannungen, weil man isst ja am 12.00 Uhr und um 12.00 Uhr war aber der Laden noch offen. Dann war ständig diese Türklingel, diese Rrring, 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 wenn wieder Kundschaft kam. Und dann war die Gabi, also die Mama, war zwar gerade am Kochen, ist aber dann hat die Schürze irgendwie nachgeschmissen und ist runtergerannt in den Laden. Und grüß Gott, Frau Müller, grüß Gott, Herr, bla, bla, bla. Also das ist auf Dauer, hält das Seele nicht lang aus. Es sei denn, es gibt bestimmte Kompensationen. Ich bin eine umstrittene Figur bis heute. Also offenbar ist was an mir, was die Leute polarisiert. Was ich mir selber gar nicht erklären kann, weil ich bin so, wie ich bin. Aber wo immer ich da auftauche, gibt es Fans, die sagen, Mensch, bist du um Klasse, dass du mal wieder da bist und bla. So, und da gibt es aber auch Leute, die den Kopf schütteln. Ja, so Leute, die zum Beispiel bei Heckler & Koch mal waren oder alte Mauseraner, die gar nicht verstehen können, wie man den Kriegssienst verweigern kann. Ich war ja einer der, das war ja damals Ende der 70er Jahre, das war ja in Oberndorf in diesem kleinen Nest der Sensation, dass man den Kriegssienst verweigert hat. Das ist so ein typisch deutsches Bild. So, der stolze, der stolze Macho-Mann, Familienvater, das schöne junge Ding, der Boxerrüde, ganz wichtig, der deutsche Boxerrüde. Aber so hat der Lader ausgesehen. Von innen gibt es leider keine Aufnahmen, jedenfalls habe ich keine. Da waren halt immer diese Käste, es waren Doppelfenster und da waren Geranien, natürlich Geranien. Das ist diese Häuserzeile, die Pfalzstraße, da ist mein Elternhaus mit da drin. Ja? Und die ganze Zeile ist abgerissen? Die ganze Zeile steht jetzt nimmer. Das waren eins, zwei, drei, vier, fünf Häuser. Den Abriss, das war 2003, da sind so viele Sachen zusammengekommen, so viele Koinzidenzen gewesen, die einfach unglaublich wahnsinnig sind. Meine Mama musste aus dem Haus ausziehen, weil die Bank hat den ganzen Straßenzug gekauft und dann abgerissen. Und was das mit einer Seele von einem Mensch macht. Ja? Und daran ist meine Mama zerbrochen, deswegen ist die halt im Pflegeheim. Und dadurch, dass ich jetzt auch so lange schon weg bin und den Abstand habe, kann ich das ja auch von außen distanziert anschauen und reflektieren und bearbeiten vielleicht. Daher ist das vielleicht für mich nicht ganz so schlimm. Aber natürlich bin ich da gestanden, habe Fotos gemacht und habe Rotz und Wasser geflenkt. Ist ja klar, ich meine, ich bin da aufmerksam. Fahrt durch Oberndorf. Am Steuer Alexander Schleicher, Pfarrer aus dem Nachbarort Villingen. Jetzt ist er auf dem Weg zu seinen katholischen Amtsbrüdern in der Neckarstadt. Wenn ich durch Oberndorf fahre, dann bekomme ich ein mulmiges Gefühl. Durch diese Stadt, in der Menschen leben, die hier im tödlichsten Rüstungsunternehmen Europas arbeiten. Und ich frage mich, wie man hier leben kann, wo hier so viel Unheil ausgeht. Durch legale und illegale Rüstungsexporte in unterschiedlichste Krisenregionen unserer Welt. Und ich fühle mich unwohl, mir wird es richtig schlecht hier, weil ich mir das so gar nicht vorstellen kann, wie man hier leben kann. Ich frage mich, wie wird in den katholischen Gemeinden von Oberndorf über die Waffenproduktion diskutiert. Das will ich vom Stadtfahrer Albrecht Zepf und seinem Kollegen, Pfarrer Stefan Lampard, wissen. Ist das Thema Waffenproduktion jemals in Ihren Predigten behandelt worden? Nicht einmal. Nie. Lege nahe, dass man danach fragt, oder? Ja gut, wir haben die Vision Schwörter zu Flugscharen und die Vision, die bleibt auch bestehen. Aber sozusagen die Menschen, die hier sozusagen ihren Lebensunterhalt verdienen, die ihre Familie unterstützen mit den Verdiensten und nicht mehr die Frage stellen, was ist denn die Folge dessen, was wir hier produzieren. Das heißt, wenn man das so provokativ ausdrückt und sagen, wir leben vom Sterben, also vom Töten so. Das würde so wahrscheinlich gar niemand hier sagen, aber letztlich ist das so. Wir leben davon und wir leben gut, wir verdienen damit, dass mit unseren Waffen, die wir hier nur Geräte nennen, dass da Menschen getötet werden. Und damit finanzieren wir unser Leben, unser Haus, unsere Freizeit. Sind Sie der Ansicht, Herr Pfarrer Zepf, dass jemand, der sich auf das Recht der Selbstverteidigung beruft, gleichzeitig auch in einer Stadt wie Oberndorf, dass sich auf das Recht berufen kann, für diese Selbstverteidigung Waffen zu bauen? Für Selbstverteidigung sehr wohl, so denke ich schon. Aber der andere Teil, und der wurde natürlich auch jetzt durch Gresslin oder solche Sachen für mich neu, dass da hausiert wird auf der Welt umeinander, dass da besonders Geld gemacht werden kann. Das ist aber wirklich so, wie wenn ich Drogen verteile. Und auch noch schlimmer. Ich würde den Bischof von Rom, Franziskus, zitieren, der sagt, also Menschen, die Waffen produzieren und verkaufen, dürfen sich nicht Christen nennen. Hat er jetzt mehrfach gesagt, auch vor der aktuellen Reise in die afrikanischen Länder. Und wenn ich so einen Satz hier Oberndorf auf der Kanzel sagen würde, wie reagieren die Leute, löst das irgendwas aus? Bei aller Wertschätzung für den Papst Franziskus, was der ab und zu sagt, das ist ja kein Dogma. Und ob da alles so durchdacht ist, auch das sage ich in aller Deutlichkeit, das frage ich mich schon. Also er äußert ja gewisse Äußerungen, sie sind manchmal flapsig, die, mehr oder mal ein Mitbruder gesagt, wenn der Papst Benedikt hören würde, wie der manchmal formuliert oder hört, ich weiß nicht, was er sich dann dabei denkt, also bei aller Wertschätzung für den Papst Franziskus, die ich auch habe, müssen manche Äußerungen einfach zu schnell und zu, ja, undurchdacht. Und die gerade zitierte Äußerung, wer Waffen baut und wer Waffen verkauft und betreibt, vertreibt, der kann sich nicht Christ nennen, das würden Sie nicht unterschreiben? Das ist völlig undurchdacht, das ist genauso wie das, also das ist völlig undurchdacht, weil da steht er ja über die ganze, stellt er sich gegen die ganze theologische Tradition. Also der kann ja nicht jeden, der in der Waffenindustrie mitarbeitet, exkommunizieren. Also er denkt manchmal Dinge einfach nicht zu Ende. Dankeschön für dein Petrus Bemühende. Ja, danke dir. Alles Gute auch für deine nächste Zeit noch. Nächste Zeit, ja. Inzwischen leben auch in Oberndorf Flüchtlinge aus Krisen- und Kriegsgebieten. In manchen davon wird mit Heckler und Koch Waffen gekämpft. Um die Flüchtlinge kümmert sich Eva Scherer zusammen mit anderen Ehrenamtlichen von der Initiative Offene Hände. Mit der neuen Aufgabe hat sich für Eva Scherer und ihren Mann Jürgen einiges in ihrem Leben verändert. Füllt dich die Arbeit mit den Flüchtlingen und für die Flüchtlinge aus? Mehr, mehr wie Ausfülle. Es ist halt wirklich Lebensinhalt. Das ist so, das ist umfangreich. Und die Hilfe von Jürgen könnte ich das gar nicht machen. Wir haben Somali, Eritreer, Iraner, Iraker, was haben wir noch? Chinesen habe ich gesagt. Chinesen, genau. Chinesen haben wir auch, die aus religiösen Gründen verfolgt sind. Und viele, viele Balkanstaate. Ist zwar ruhiger geworden, aber ist klar, in den Übergangswohnheime sind immer noch welche, die dann auch verteilt werden aus Land. Im Übergangswohnheim in Oberndorf lebt seit einigen Monaten ein junger Mann aus Somalia. Eines der Länder, in denen mit G3-Gewehren aus Oberndorf gekämpft und getötet wird. Islamisten hatten sein Vater und ihn gekidnappt. Er konnte fliehen. Aus Angst vor den Islamisten will er sein Gesicht vor der Kamera nicht zeigen. In der Schule, im Praktikum, wie läuft es da? Alles ist so besser, Schule, Praktikum und auch man selber. Macht ja Spaß im Praktikum. Ja. Du freust dich, dass du arbeiten darfst. Ja, gerne. Das denke ich, das ist schon toll. Jetzt gucken wir noch, dass du zu einem Fahrrad kommst. Ja. Ja, das ist schönes Wetter, dass du Ausschlüge machen kannst und Fahrrad. Ich bin nicht nur Fahrrad, auch Auto. Auto können wir noch vergessen. Ja, das können wir noch vergessen. Dann musst du in eine Fahrschule gehen, Führerschein machen. Das ist nur ein langer Weg. Das ist ja erst mal jetzt der Fahrrad. Kontrolliere kann man heuern, oder? Kann man heuern. Roland Bisswurms Freund Thomas Kästner treffen wir in Tübingen, wo er seit Jahrzehnten wohnt. Er hat lebhafte Erinnerungen an den Film Fern vom Krieg. Besonders diese Szene vom Umzug der Stadtkapelle bei der 1200-Jahr-Feier in Oberndorf, in die wir einige fremde Teilnehmer einmontiert hatten, regte ihn damals auf. Ja, es ist frappierend. Die Menschen haben diesen Film in Oberndorf als Hassfilm im Gedächtnis. Und ich kann mir das nur mit dieser einen Szene erklären. Diesen Schnitt fand ich überhaupt nicht angemessen. Es hat mich sehr erbost. Das ist akiprop und es entspricht eigentlich diesem Film, den ich jetzt auch noch mal gesehen habe im Nachklapp. Entspricht es überhaupt nicht dem Charakter des Filmes, der ansonsten nicht verleumderisch ist und Menschen nicht losstellt. Auf diese Szene hätte man gut und gerne verzichten können. Aber diese Szene hat sich, meine ich, im Gedächtnis der Oberndorfer so eingebrannt, dass auch viele heute mit Ablehnung dem neuen Projekt gegenüberstehen. Ja, ich habe Ihnen was mitgebracht. Thomas Kästners Vater hatte bis Ende der 70er Jahre bei Heckler & Koch gearbeitet und war dann plötzlich verstorben. Ich möchte wissen, warum. Wie alt war der Vater, als er gestorben ist? 47 Jahre alt. Und an was ist er genau gestorben? Er hat kurz nacheinander zwei Schlaganfälle bekommen. Also einen Silvester und dann nochmal einen Tag vor Silvester und dann nochmal ein Neuer. Er war eigentlich ein schlanker, gut aussehender, jung aussehender 47er, ne? Ja, sicher. Also hat auch niemand damit gerechnet damals. Meine Eltern sind 1956 aus der DDR geflohen und wie ich vermute, vielleicht auch Vermittlung meiner Großeltern, die damals schon in Oberndorf lebten und mein Großvater und meine Oma auch bei Heckler & Koch gearbeitet haben, sich bei Heckler & Koch beworben hat. Das war im Jahr 1962 und von da an hat mein Vater bis zu seinem Tod 1979 bei Heckler & Koch in der Entwicklungsabteilung als Ingenieur gearbeitet. Es war eine zunehmende Belastung für meinen Vater zu sehen, dass seine ganze Kreativität oder das, was er als Entwicklungsingenieur konnte, in die Produktion solcher Wachen geflossen ist, wo sich auf der ganzen Welt die Leute die Köpfe eingeschossen haben. Aus meinem Beruf kenne ich Menschen, die Entwicklungsingenieure sind und dafür kriege ich auch Briefings und Broschüren zu verfassen. Ich bin Werbetexter und Konzeptioner. Man kann auch über die Entwicklung eines Produktes komplett vergessen, für welche Anforderungen dieses Produkt da ist. Und kann sich erfreuen an der Lösung von Detailproblemen. Und ich denke, dieser Feinwerkbau oder auch die Waffenentwicklung ja durchaus anspruchsvolles Thema ist. Und man kann sich dann einfach an der Aufgabe hochziehen. Als kleiner Junge habe ich noch nicht mal eine Pistole von meinen Eltern bekommen, die jeder Körper haben musste oder sowas. Die habe ich mir dann selber aus Legosteinen gebaut, bis sich dann mal irgendein Nachbar erbarmt hat und mir die erste Spritzpistole geschossen hat. Also ich erinnere mich auch noch an eine Situation, wo ich einen Düsenjäger gemalt habe und mein Großvater, der immerhin Leutnant war, sich da komplett echauffiert hat. Und von meiner Großmutter gebremst werden musste, weil er mir das am liebsten vom Tisch gefegt hätte. Thomas Kästner hat ähnlich wie Roland Bisswurm eine neue Heimat gefunden. Tübingen fasziniert ihn wegen des reichen Kulturangebots und des akademischen Flares. Alles, was Oberndorf nicht zu bieten hat. Heimat Oberndorf, geht es eigentlich da regelmäßig wieder hin? Nein, ich gehe da eigentlich nur ein Fasnet hin oder ein besonderes Ereignis, das Geburtstag von einem Freund. Das hat sich nach dem Tod meiner Mutter eigentlich erledigt, das Thema Oberndorf. Zu einigen aus der Familie Heckler hält Thomas noch heute Kontakt. Ich weiß, dass die Familie Heckler eigentlich nicht mal glücklich ist, dass ihr Familienname immer noch Teil des Unternehmensnamens ist. Nicht glücklich? Woher haben Sie das? Das ist eine private Information aus der Familie Heckler. Thomas Kästner schaut in Stuttgart bei seinem Bruder Matthias vorbei. Hallo Thomas. Hallo. Schön, dass du mich mal befunden kommst. Nach dem Tod des Vaters musste der Ältere dessen Platz einnehmen. Matthias der Jüngere unterhält in Stuttgart einen Fair-Trade-Laden für Früchte und Fruchtsäfte aus ökologischem Anbau in Portugal, wo er oft reist. Die Form eines Käses hat auch mit Käse nichts zu tun. In meinem Film Fern vom Krieg hatte Matthias vor 30 Jahren einen kurzen Auftritt als Schüler. Jetzt zeige ich ihm, wie er mir damals bei der Uraufführung in Oberndorf den Rücken stärkte. Wenn Sie sich da stolz drauf fühlen, solche Waffen herzustellen, dann müssen Sie aber auch stolz drauf sein. Solche zehn blutig verschmierte Leichen, die im Dreck rumgezogen werden und Soldaten mitgewähren, dass solche Bilder gezeigt werden, dass solche Bilder Realität sind. Da müssen Sie auch stolz drauf sein, auf solche Toten. War das eine große Überwindung für Sie, diesem Heckler & Koch Menschen Paroli zu bieten? Nö. Also meine Meinung zu äußern, egal ob früher als auch jetzt, hatte ich nie ein Problem damit oder eine Überwindungsangst. Haben Sie noch so etwas wie eine Ausgrenzung erfahren, nachdem der Film gelaufen ist und Ihre Meinung bekannt war dazu, dass Sie dafür waren, diesen Film zu zeigen? Also es gab schon verschiedene Situationen, an eine erinnern ich mich halt schon sehr gut, dass man mir nach dem Film vom Musikverein, wo ich tätig war, oder mitgespielt habe, entsprechend nahegelegt hat, den Verein dann doch einfach bitte zu verlassen. Wir sind im Waffenmuseum von Oberndorf angemeldet. Zu unserer Überraschung spricht Museumsleiter Andreas Kussmann-Hochhalter kein Schwäbisch. Wie lebt denn die Stadt Oberndorf heute noch mit Ihrem Ruf, eine Waffenstadt zu sein? Schwierig. Sie werden darauf sehr, sehr viele Antworten bekommen. Gut, ich habe den Vorteil, ich bin von außen hierher gekommen. Es ist natürlich so, dass die Gesellschaft hier relativ wenig mobil ist. Ich bin als Rheinländer aus dem Industriegebiet gewöhnt, dass eine große Fluktuation über Jahrzehnte, fast Jahrhunderte war. Hier sind die Familien ansässig über viele, viele Generationen und es gibt wahrscheinlich keine Familie, wenn sie ja etwas länger ansässig ist, die nicht irgendjemand hatte, der bei Mauser war oder bei Heckler & Koch und so weiter. Man tut sich damit sehr schwer. Es ist ein trotziges, wenn wir es nicht machen, machen es andere oder wir müssen auch von etwas leben. Es ist ein Weggucken. Die Stadt lebt von der Waffenindustrie, hat von der Stadtwaffenindustrie auf jeden Fall gelebt. Nun stehen Sie ja neben den Büsten der Gebrüder Mauser. Die tragen ja nun einen Teil der Stadtidentität von Oberndorf, oder? Ganz gewiss. Also identitätsstiftend oder auch identitätsprägend ist Mauser, ob das jetzt die Waffenfabrik oder die beiden Brüder sind, unbedingt. Warum ist das Mauser-Dings? Jetzt mal hoch. Wie müssen wir denn da jetzt gehen? Das Grabmal der Gebrüder Mauser überragt den ganzen Friedhof und Teile der Stadt. Darunter die Mauser-Gruft, in der etliche aus der weitverzweigten Familie bestattet sind. Da ist eben Peter Paul Mauser, dann eben der Mauser, der dann kurz vor Beginn des Ersten Weltkriegs gestorben ist. Also wenige Monate davor, sehr, sehr überraschend. Das ist seine Frau, Spiegelhalter, von Halwies Mauser. Also es sind auch Bestattungen hier aus den 60er Jahren noch. Ach ja, hier unten. Josef Wendelin Mauser ist also ein älterer Bruder. Heinrich Mauser ebenso. Die Familie Mauser hat heute nichts mehr mit Waffen zu tun. Die Firma ist jetzt im Besitz des Rüstungskonzerns Rheinmetall, der in Oberndorf Bordkanonen für Kriegsschiffe und Kampfflugzeuge produziert. Der Name Mauser auf der Fassade hat nur noch Erinnerungswert und die Firma nur noch rund 250 statt früher 1500 Mitarbeiter. Ähnlich krass der Stellenschwund bei Heckler & Koch. Vor 30 Jahren hatte die Firma noch rund 2000 Mitarbeiter, heute sollen es nur noch knapp 700 sein. Ist der Verlust hochqualifizierter Arbeitsplätze mit Schuld am allmählichen Verfall der Stadt? Viele in Oberndorf glauben daran. Und sie sehen mit Sorge, dass der größte Arbeitgeber im Ort hoch verschuldet ist. Der Journalist Martin Himmelheber schreibt für ein Wochenblatt in Rottweil regelmäßig über die Firma Heckler & Koch. Also es gibt den Schwarzwälder Boten, das ist die Lokalzeitung, die ja auch in Oberndorf erscheint. Und die haben natürlich einen sehr guten Draht zu Heckler & Koch. Und die veröffentlichen natürlich das, was Heckler & Koch gerne in den Medien lesen würde. Aber in vielen Fällen ist so, dass der Spiegel, die Zeit, wer auch immer über Heckler & Koch kritisch berichtet und dann am nächsten Tag steht drin, aber die Firma nimmt dazu wie folgt Stellung und das ist alles ganz anders. Wie kam es denn dazu, dass Sie als einziger Journalist ein Foto machen konnten von dem Mehrheitseigner Andreas Heeschen? Von dem es sonst überhaupt keine Fotos gibt, kein gefilmtes Material und keine Fotos. Ja, das war ein ganz normales, einfaches Pressegespräch. Hinten sitzt der Herr Kauder und der Herr Jung und das ist dann der Herr Heeschen gewesen, der da einfach den anderen erzählt. Und ich habe dann so ein bisschen natürlich den Bildausschnitt gewählt. Wo haben Sie das denn zuerst publiziert? Ich glaube, das habe ich bei uns online gestellt, damals, als wir über diese Geschichte berichtet haben, dass der Herr Jung da war. Erst hinterher hat dann jemand gesagt, du hast ja den Herrn Heeschen da, das ist was Besonderes. So bin ich an den Herrn Heeschen gekommen. Verteidigungsministerin von der Leyen will das umstrittene Sturmgewehr G36, eine Standardwaffe der Bundeswehr, ausmustern. Sie erklärte, so wie das Gewehr konstruiert sei, habe es keine Zukunft bei den deutschen Streitkräften. Eine Untersuchung im Auftrag der Ministerin kam zu dem Schluss, dass es erhebliche Probleme mit der Treffsicherheit des G36 gibt. Die Bundeswehr verfügt über etwa 170.000 dieser Sturmgewehre. Ein Super-GAU für Heckler & Koch bahnt sich an. Die Firma gibt sich zugeknöpft wie eh und je. Auf meine Anfragen nach einem Gespräch hat die Geschäftsführung nie reagiert. Damals nicht und heute nicht. Aber dann finde ich einen langjährigen Heckler & Koch-Mitarbeiter, der sich zum Interview stellt, Edgar Hagen. Auch er war bei der Uraufführung meines Films vor mehr als 30 Jahren dabei. Einen Gefallen wollten Sie mit Ihrem Film den Belegschaften von Mauser & Heckler & Koch sowie den Oberndorfern bestimmt nicht erweisen. Sie können beruhigt sein. Sie haben es auch nicht getan. Danke. Ich habe in dem Film nirgends entdeckt, dass er auch Waffen für Friedens- und Friedenserhaltende Maßnahmen gebraucht werden und somit auch ihr Gutes haben. Für mich hatte dieser ganze Film damals einen negativen Einschlag. Nun, ich habe 1971 eine Lehre im Unternehmen begonnen zum Mechaniker. Und habe dann im zivilen Bereich im Versuch des damaligen Büromaschinenbaus gearbeitet bis 1983. Nachdem dieser outgesourcet worden ist, bin ich gewechselt in die damalige Rohrfertigung als Maschineneinrichter. Und da war ich dann bis zu meiner Wahl zum Betriebsratsvorsitzenden bis 1994. Ich bin seit 1994 und bin seit 1994 bis Mitte 2014 Betriebsratsvorsitzender in Freistellung des Unternehmens gewesen. Sie haben das Firmenlogo von Heckler & Koch auf Ihrer Jacke. Ist das ein Statement? Darf man so sehen? Nun sehe ich so, weil ich stehe voll dahinter. Hinter Produkt und Unternehmen. Wie denken Sie denn persönlich über die Produktion von Waffen? Hatten Sie jemals ein Problem damit? Oder sogar Gewissensbisse? Auf jeden Fall keine größeren, weil meine Philosophie, die ist, seit es den Homo sapiens, seit es Menschen gibt, gibt es Waffen und Kriege. Und solange es Menschen gibt, wird es Waffen und Kriege geben. Also von dieser Illusion einer Welt ohne Waffen, da bin ich weit entfernt in meiner Ansicht. Herr Hagen, der Mehrheitseigner von Heckler & Koch, Andreas Hieschen, was ist das für ein Typ? Auch die Frage ist nicht ganz einfach zu beantworten. Er ist ein knallharter Finanzinvestor, der im Unternehmen Heckler & Koch, meines Erachtens, eine sehr gute Melkkuh gefunden hat. Und okay, ich kenne ihn so als gnadenloser Taktierer, hat einen Verhandlungspartner, wenn man ihn im Betriebsrat zu etwas befragt, was der Belegschaft dienlich ist. Der sich aber dann schlussendlich auch mal überzeugen lässt, wenn es für ihn auch gut ist. Friedensaktivisten demonstrieren vor der Staatsanwaltschaft in Stuttgart. Pfarrer Alexander Schleicher schlüpft in die Rolle des Sensenmannes. Als Tod bedanke ich mich heute bei der Staatsanwaltschaft im Namen von Europas tödlichstem Unternehmen. Ich stehe hier als Todesengel, als Botschafter, als Sensenmann der Firma Heckler & Koch in Oberndorf. Danke, Andreas Hieschen. Du bist ein guter Geschäftsführer und Arbeitgeber. Du dienst dem Tod in der ganzen Welt. Als Botschafter der Firma Heckler & Koch freut es mich sehr, dass wir in Deutschland ohne Konsequenzen Weichziele eliminieren oder kampfunfähig machen dürfen. Mit Waffen von Heckler & Koch im Jahr 2010 hatte der Friedensaktivist Jürgen Gresslin Strafanzeige gegen Heckler & Koch erstattet, wegen des Verdachts illegaler Lieferungen von G36-Gewehren nach Mexiko. Seit fünf Jahren liegt die Anzeige bei der Stuttgarter Behörde. Und nichts ist seither passiert. Was ist in Ihrer Meinung nach der Grund dafür, dass es so lange dauert? Den Grund kann man eigentlich nur Staatsanwalt Peter Vogeler fragen, weil die Fakten liegen auf dem Tisch. Der Informant hat ausgepackt, zahlreiche Zeugen haben ausgepackt, Beschuldigte haben tatsächlich auch ausgepackt. Und die Fakten sind da, sowohl was in Deutschland passiert ist an Legalität und Illegalität als auch in Mexiko. Jürgen Gresslin aus Freiburg und seine Mitstreiter von der Aktion Aufschrei engagieren sich seit 30 Jahren gegen Rüstungsexporte, vor allem gegen Kleinwaffen von Heckler & Koch. Ich reise seit Jahrzehnten in Krisen- und Kriegsgebiete und sammle Eindrücke, Fotografien, Dokumente über Opfer deutscher Waffenexporte, vor allem Gewehre von Heckler & Koch. Und stelle fest, da ist eine unglaubliche Flut von Opfern, die man gar nicht richtig in Zahlen fassen kann, Millionen. Aber man kann es festmachen an Einzelschicksalen. Also zum Beispiel Samira Jama Elmi, die ihre Mutter verloren hat durch den Einsatz des Getreigewehres. Und die Frau wurde exekutiert, andere Frauen wurden exekutiert. Und sie gräbt jetzt nach den Körpern dieser Frauen, auch ihrer Mutter. Auf Massengräbern findet man unendlich viele Opfer von Heckler & Koch-Gewehren. Das erkennt man an den Patronenhülsen, 7,62 Millimeter. Also da ist ganz klar, da wurde Heckler & Koch G3 eingesetzt von den Truppen von Siad Barra aus Mogadischu. Was ist denn von der Aussage zu halten, die man häufig hört, wenn die Rüstungsindustrie sich rechtfertigt, dass nicht die Waffe selbst tötet, sondern der Mensch am Abzug? Ich war Soldat der Bundeswehr, ich lernte das G3 kennen, Einzelschuss, Dreischuss, Dauerfeuer. Und wenn man auf Dauerfeuer stellt und schießt, in die Masse hineinschießt, dann liegen 10, 15, 20 Menschen getötet, vor allem 60, 70 verstümmelt, verkrüppelt, seit Lebens. Und es ist ganz klar, dieses Argument trifft nicht, denn eine Waffe ist optimal geeignet zur Liquidierung von Weichzielen. Weichzielen ist Werbesprache von Heckler & Koch. Stopp den Waffenhandel jetzt! Gemessen an der Opferzahl ist die Firma Heckler & Koch in Oberndorf Deutschland tödlich das Unternehmen. Wie geht die Belegschaft mit der Dauerkritik an dem Unternehmen vor allem von Friedensgruppen um? Stichwort Jürgen Gresslin. Nun, mittlerweile ist die Belegschaft, weil diese Demonstrationen in den letzten Jahren zugenommen haben, ist die Belegschaft diese Demonstrationen gewöhnt. Sie sind zweifellos oder werden als nervend empfunden. Aber, dass sie jetzt großen Einfluss haben auf die Meinung der Belegschaftsmitglieder, das halte ich doch von sehr weit hergeholt. Wenn es eine Gelegenheit gäbe, den Jürgen Gresslin persönlich zu treffen, was würden Sie ihm sagen? An's Herz legen würde ich ihm, dass er der Illusion verfällt, wenn HK das Unternehmen, das er nun seit Jahren bekämpft, keine Waffen mehr herstellt, dass dann auch nur ein Schuss weniger auf dieser Welt fällt. Diese Illusion, diese würde ich ihm gerne nehmen, um dem ewigen Rumgehacke auf dem Unternehmen Heckler & Koch mal ein Ende zu bereiten. Unbeirrt nutzt der Realschullehrer Jürgen Gresslin jede freie Minute für sein Engagement gegen Waffenexporte. Und das seit vielen Jahren. Er hat mir erzählt, Auslöser für seinen Kampf sei mein Film fern vom Krieg gewesen. Seitdem hat er ein Dutzend Bücher geschrieben und unzählige Aktionen gegen Rüstungsexporte organisiert. Also Vortragstouren seit 30 Jahren, Lesetouren, weil mitten in der 90er Jahre die ersten Bücher kamen, Versteck dich, wenn sie schießen und viele andere. Ja, seit 20 Jahren, also zwei Jahrzehnte. Insgesamt dürften es rund 3000 Vorträge allein zum Thema Waffenhandel gewesen sein bis jetzt. Zwölf Wochen nach der Demonstration vor der Staatsanwaltschaft in Stuttgart scheint der öffentliche Druck Wirkung zu zeigen. Die Staatsanwaltschaft Stuttgart erhebt Anklage gegen 5, 6, 8 Personen. Ich hoffe auch gegen Geschäftsführer. Und damit hätten wir zum allerersten Mal für Aktionaufschreie den Erfolg, dass wir sagen können, Geschäftsführer von Heckler & Koch, dem tödlichsten Unternehmen Europas, da wird Anklage erhoben wegen illegalem Waffenhandel. Im Streit über das Sturmgewehr G36 lehnt der Hersteller Heckler & Koch Schadensersatzforderungen des Bundes ab. Das Unternehmen teilte mit, es habe Klage beim Landgericht Koblenz eingereicht. Es soll feststellen, ob das Gewehr tatsächlich im heißgestauschenen Zustand und bei Hitze nicht mehr präzise trifft, wie eine Untersuchungskommission kritisiert hat. Wie wird es mit Heckler & Koch weitergehen? Also die haben natürlich ein ernstes Problem. Ich glaube, das wissen sie selber. Also wenn man so einen Umsatz von gut 100 Millionen hat und Schulden von 290 Millionen, das kann nicht funktionieren und die müssen bezahlen bis irgendwann im Jahr 2018, müssen sie die 290 Millionen, 95 Millionen glaube ich sogar zurückbezahlt haben. Wie die das machen wollen, ist mir ein Rätsel. Der Skandal um das G36, das Standardgewehr der Bundeswehr, hat der Firma schwer geschadet. Ich frage mich, warum ist sie nicht längst auf zivile Güter umgestiegen? Schon vor 30 Jahren wurde im Betrieb über Konversion diskutiert. Ist das eigentlich ernst genommen worden im Betrieb, das Thema Konversion? Überhaupt nicht, weil auch die gesamte Fertigung und Produktion von Schusswaffen im Kaliberbereich bis 40 Millimeter so dermaßen verschieden ist zu dem, was man zu zivilen Produkten an Produktionsanlagen bräuchte, hat sich eine solche Anfrage oder eine solche Diskussion nie richtig gestellt, auch für die Beschäftigten im Unternehmen nicht. Seit mehr als einem Jahr liegen Exportanträge des Unternehmens auf Eis. Eine politische Entscheidung des Wirtschaftsministeriums. Den Angaben aus Regierungskreisen zufolge geht Heckler & Koch seit August dagegen vor. Das Unternehmen hat eine Untätigkeitsklage gegen die Bundesregierung erhoben und schließt eine Schadenersatzforderung in zweistelliger Millionenhöhe nicht aus. Walter Otyambo aus Kenia arbeitet als Chirurg für Kopf- und Gesichtsverletzungen in Nairobi. Für mich ist es unfassbar, dass mitten in dieser Ruhe und Schönheit Waffen produziert werden mit einer Feuerkraft wie ein Vulkan. Das ist wirklich ein Paradox. Otyambo operiert an der Uniklinik von Nairobi jedes Jahr rund 1000 Opfer von Gewalttaten mit Schusswaffen. Ich bin nach Oberndorf gekommen, um zu verstehen, warum die Realität hier so völlig verschieden ist von der in Afrika, wo die Waffen eingesetzt werden. Die Organisation Ärzte gegen den Atomkrieg hat Otyambo nach Oberndorf eingeladen. Er soll am Abend einen Vortrag halten. Darüber, was eine einzige Kugel im Organismus eines Menschen anrichten kann. The One Bullet Story, darüber referiert Otyambo in Afrika und in Europa. Jetzt lässt er sich von einigen Aktivisten erst einmal den Werkskomplex von Heckler & Koch zeigen. Die Ärzte gegen den Atomkrieg engagieren sich mittlerweile gegen alle Arten von Krieg. Sein Kollege und Gastgeber Dr. Helmut Lohrer ist im Vorstand der deutschen Sektion. Es ist ja wohl so, je mehr Kriege auf der Welt, desto mehr Waffen werden gebracht. Die Firma hier scheint ja wohl getrieben von dem Wunsch, möglichst viele Waffen zu verkaufen. Stellen Sie sich vor, es herrscht überall auf der Welt Frieden. Dann würde diese Firma nicht existieren. Heckler & Koch-Waffen sind auch in Kenia im Einsatz. Beim Militär, bei der Polizei und bei Regierungsmilizen. Hier auf dem Oberndorfer Lindenhof wurden sie gebaut. Völlig neu ist dieser Metallzaun hier mit Überwachungskamera, ganz viel oben und direkt hinter mir. Ich habe mehrfach versucht, hier mit der Geschäftsführung Kontakt aufzunehmen, um mit dem Werkschutz zu sprechen, um zu sagen, lasst uns in Dialog treten. Aber sie haben leider gar kein Interesse dran, ganz im Gegenteil. Jetzt steht noch ein neuer, schwerer, schwarzer Zaun vor uns und riegelt das Gelände noch mehr ab. Jetzt kannst du das noch ein neuer, schwarzer, 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 schwarzer. Warum ist das G3 so erfolgreich? In den 60er und 70er Jahren hat die deutsche Bundesregierung Lizenzen für die Produktion des G3 sehr großzügig vergeben. So gehört es zu den meistverbreiteten Waffen der Welt. Das G3 hier wurde lange von der Polizei in Kenia benutzt. Die Maschinenpistole MP5 ist die Standardwaffe der paramilitärischen Truppen. Als Terroristen in das Einkaufszentrum Westgate in Nairobi überfielen, wurden sie mit der MP5 bekämpft. Kriminelle benutzen sie nicht, nur die paramilitärs. Kriminelle greifen lieber zum G3. Aber wer damit getroffen wird, stirbt in der Regel, bevor er das Krankenhaus erreicht. Das Wirtshaus zum Schützen gehörte bis vor kurzem zu den alteingesessenen Gaststätten in Oberndorf. Inzwischen ist es nur noch zu besonderen Anlässen geöffnet, auch jetzt für den Abend mit Walter Utiambu. Obwohl die Veranstaltung im Schwarzwälder Boten angekündigt ist, haben sich nur etwa 20 Interessierte eingefunden. In der Mehrheit Oberndorfer mit kritischer Haltung zur Waffenindustrie. Von Heckler & Koch oder Rheinmetall ist niemand erschienen. Die zweite Warnung ist, wir sind in Oberndorf und wenn man in Oberndorf über Gewehre spricht, dann sollte man besser eine schusssichere Weste tragen. Also er will vorsichtig sein, weil er hat keine. Utiambu zeigt aktuelle Bilder von Waffen, die in Nairobi bei kriminellen Banden sichergestellt wurden, darunter G3-Gewehre von Heckler & Koch. Dann Opfer der jüngsten Überfälle durch Al-Shabaab-Milizen. Kenia sei ein gewalttätiges Land geworden, sagt Utiambu, auch wegen der vielen marodierenden Waffen. Utiambu kann viele individuelle Geschichten von Schusswaffenopfern erzählen. Zum Beispiel den Fall eines Jungen aus dem Kongo. Also das ist die Geschichte, die human face of small arms, also das menschliche Gesicht der Kleinwaffengewalt. Und hier in diesem Bild sehen Sie eben den Jungen, der aus Kongo kam. Und der Junge musste also auf seiner Reise nach Kenia auch Uganda durchqueren, um dann nach Kenia zu kommen, um dort in Nairobi behandelt werden zu können. So sah der Junge aus, als er zu uns kam. Er konnte seinen Mund nicht richtig öffnen, weil der von einer Kugel zerschmettert worden war. Der Junge war der Sohn eines Diamantenprospektors. Eines Nachts drangen Verbrecher in sein Haus ein. Als sie keine Diamanten fanden, schossen sie dem Jungen ins Gesicht. Also jetzt im Operationssaal, das ist er selbst, das ist ein Professor, ein Lehrer, der da operiert. Und das ist eine Schwester. Wir mussten dem Jungen eine Metallspange einsetzen, um seinen Kiefer wieder herzustellen. Fünf Tage nach der Operation hat er so ausgesucht. Das sei eine der typischen One-Bullet-Storys, sagt Othiambo. Mit über 1.000 davon seien er und sein Team pro Jahr konfrontiert. Jede Operation kostet durchschnittlich 6.000 Dollar. Dafür könne man 100 Kinder ein Jahr lang zur Grundschule schicken oder eine sechsköpfige Familie zehn Jahre lang ernähren. Ich habe keine Antwort darauf, wie man diese Gewalt beenden kann. Ich kann nur die Folgen zeigen. Mit diesem optimistischen Bild möchte ich meinen Vortrag beenden und mich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken. Optimismus? Mancher im Publikum mag daran nicht glauben. Ich glaube, das wird einfach abgespalten. Vielleicht wissen die Leute nicht, was mit der Waffe tatsächlich passiert. Also wer so etwas sieht, dem kann das doch nicht gleichgültig sagen. Ich habe schon gehört, dass viele sagen, okay, wir finden das ganz furchtbar, aber wir leben davon und müssen unsere Familie ernähren. Und das gehört natürlich auch dazu, dass die Leute, die bei Häggl & Koch beschäftigt sind, sagen, wir machen das nicht gern, aber wir machen es schon immer. Wir brauchen unser Geld, um die Familie zu ernähren. Also das ist auch eine Diskrepanz, wo man mit berücksichtigen muss. Rückfahrt nach München, von wo Walter Otiambo am folgenden Tag in seine Heimat zurückfliegt. Vorher möchte er noch einen Kollegen besuchen. Der hat über seine Erfahrungen als Arzt in einem Kriegslazarett in Jugoslawien einen Film gedreht und ihn vor kurzem ins Netz gestellt. Hallo. Yes, hello. Dr. Boris Bill stammt aus Kroatien und arbeitet als Dermatologe und kosmetischer Chirurg in München. Was jetzt folgt, ist ein Fachgespräch vor Bildern des Schreckens. Die Kroaten hatten G3, Kalaschnikows, Fallgewehre, alles. Wie viele von den Verwundeten haben überlebt? Wenn sie es bis zu unserem Lazarett schafften, überlebten 80 Prozent. Wir hatten den großen Vorteil, dass die medizinische Versorgung teilweise nur 50 Meter von der Front entfernt war. Das Äußerste waren 5 Kilometer. Ich war damals als Chirurg beim Militär. Und da arbeiteten ältere und jüngere Kollegen zusammen. Im Team mit Hilfskräften. Auch ein Zahnarzt war dabei. Was passiert da gerade im Bild? Da ist einem ein Stück von einem Schädel in die Schulter geflogen und hat sie zerschmettert. Ein Knochen mit der Wirkung eines Schadnelts? Eine Hinrichtung. Ein Schuss in den Kopf. Ein Teil des Schädels flog weg und drang in die Schulter des Mannes, der neben ihm stand. Ein Horror. Seit der Intensivierung der muslimisch-kroatischen Kämpfe kommt auf eine Schusswunde eine Explosionsverletzung. Da die Muslime in ausreichender Menge nur über Fußsoldaten verfügen, führen sie in den unkontrollbaren Wäldern und Bergen Bosniens einen regen Guerillakrieg mit zahlreichen Nahkämpfen. Einer ihrer Scharschützen traf diesen kroatischen Soldaten durchs Kinn in die Brust. Nach Entfernung der Kugel, Lébridement und antibiotischer Abdeckung wurde er auf Station verlegt. Warum ich den Film gedreht habe? Erstens, um festzuhalten, was passiert ist. Und zweitens, um anderen zu zeigen, wie es im Krieg zugeht. Wenn jemand fragt, wie ist es im Krieg, kann ich nicht antworten. Das wäre so, als ob jemand sie fragen würde, wie ist es, schwarz zu sein. Das kann man nicht erklären. Boris Bill verabschiedet sich von seinem Gast mit Bildern von seiner deutsch-afrikanischen Hochzeit. Dann sind Sie ja ein Stammesältester, ein Häuptling. Ich bin die Äußerung. Erinnerungen an den Jugoslawien-Krieg sind auch in Oberndorf lebendig. Zum Beispiel bei Flüchtlingen aus Bosnien. Adela und Miete, beide kommen von Bosnien, sind letztes Jahr, Mitte August, in Oberndorf eingetroffen, als Asylsuchenden. Adela ist sehr traumatisiert von ihren Kindheitserlebnissen. Das ist sehr tief, sehr belastend für sie. Sie kann ganz schlecht schlafen, oft gar nicht mehr schlafen. Kopfschmerzen gehören zum Alltag. Depressive Verstimmung ist ständig begleitend da. Die Krieg ist eigentlich vor allem am 92. Die war ein Jahr in der Territorie, wo die Serbe war. Mit Oma, mit Mutter, mit Vater und ein Jahr in der Territorie. Der Vater wurde ja getötet. Wie kam er ums Leben? Dann wollte er von der Territorie Serbien weggehen, kommen in die muslimische Territorie reinzukommen. Die sind alles rausgekommen. Dann haben sie die Militärin von Serbien gesehen und hat ihm gesagt, du musst mitkommen. Dann hat er gesagt, nein, ich gehe zum Märchen, meine Tochter lassen, dann komme ich mit. Und die wollte so mit Opa zusammengehen und dann hat sie geschossen. Und die Adela musste zusehen? Der Adela war da. Ja, klar. Der Adela war da. Der musste aus dem Haus und hat der Adela mit an der Hand. Genau. Der wollte nicht Adela lassen. Ja, er wollte seine Tochter nicht von der Hand lassen und so habe sie ihn erschossen mit Adela an der Hand. Ja, ja. Und sie hat es hautnah mit dem alles erlebt. Alles war dann, ja. Dann nach dem Vater ist der Onkel gestorben auf der Linie in Sarajevo. Der war in muslimischer Linie und das war in Serbien und er hat geschossen und der ist gestorben. War es ein Scharfschütze, der geschossen hat? Ja, ja, ja. Wissen Sie, dass viele der Scharfschützengewehre für die Serbien hier aus Oberndorf kamen? Haben Sie das gewusst bisher? Nein. Herr Himmelieber, waren es solche Bilder, die Sie veranlasst haben, damals in die Recherche einzusteigen, ob im Jugoslawienkrieg nicht auch deutsche Waffen beteiligt waren? Also die Bilder haben wir ja alle damals in den Nachrichten gesehen, aber eigentlich war ich da als Prozessbeobachter. Ich habe eben über diesen Prozess gegen Heckler & Koch Geschäftsführer berichtet und da kam das eben auch zur Sprache. Aber neben anderen Fällen von illegalem Waffenexport, die man versucht hat damals nachzuweisen, war eben auch der Jugoslawienkrieg in Reh. Heckler & Koch hat damals, beziehungsweise die Geschäftsleitung hat damals bestritten, militärische Gewehre nach Jugoslawien geliefert zu haben. Es wäre eine kleine Menge von Jagdgewehren gewesen. Aber Jagdgewehre kann man auch zur Menschenjagd einsetzen. Ich glaube, das ist dem Gewehr relativ egal, ob es auf einen Menschen oder auf einen Wildschwein gerichtet wird. Blutige Kriege mit Gewehren aus Oberndorf werden überall auf der Welt geführt. Aber im Städtle selbst herrscht idyllische Ruhe. So war das schon damals, bei meinen Dreharbeiten vor 30 Jahren. Für Roland Bisswurm ein trügerisches Idyll. Früher sind angesehene Geschäfte irgendwie auf die nächste Generation übertragen worden. Die Kinder gehen weg, studieren und haben keinen Bock, irgendwie hier in Ohrendorf einen Laden zu betreiben. Ja, und dann natürlich irgendwie hier ist, wenn man so will, Kessellage, Tallage oder was auch immer. Im Winter ist hier halt kaum Sonne. Die Leute wollen hier nicht wohnen, sondern die wohnen lieber auf dem Linderhof. Und geben es natürlich nicht für Erhaltung von altem Schmodder aus, sondern lieber, wie man ja hier sieht, lieber neu und Beton. Der wesentliche Grund, den ich sehe, ist halt diese Schuld, dieser Fluch, der hier auf der Stadt liegt. Müssen Sie aufpassen, sonst kommen wir da auch noch ins Fernsehen. Ja. Da wäre doch berühmt. Das hat ja Anfang des 20. Jahrhunderts wunderbar funktioniert, ja, mit dieser ganzen Kriegstreiberei und so weiter. Und inzwischen müsste man halt umdenken und auf Vielfalt und auf Buntheit setzen. Es gibt ganz viele Konversionskonzepte hier, dass Heckler & Koch nicht aufhören muss, sondern andere Dinge produzieren kann. Das weiß man ja alles. Und das hat alles nicht funktioniert, weil solange etwas gut geht, bleibt man halt dabei. Und die Kütung kriegen sie halt jetzt. Roland Bisswurm hat im Sommer bei der Bürgermeisterwahl gegen den Amtsinhaber kandidiert. Am Abend der Wahl gibt es für ihn ein achtbares Ergebnis von über 5 Prozent, aber eine echte Chance hatte er nicht. Der alte und neue Bürgermeister Hermann Acker lässt sich im Klosterhof von seinen Wählern feiern. Stadtproet Jörg Rinker stimmt das Oberndorflied an. Und deshalb, Herr Acker, hätte ich Ihnen jetzt mitgebracht, ein Oberndorfer Bier. Ja, zwischen den Bergen und den Böllerfelsen und noch vom Kackfelsen zu der Schillerie. Da fließt du diesen Bach und auch der Neckar, für das ist Oberndorfer, das wird da bestehen. Bisswurms Anhängerschaft ist naturgemäß kleiner. Und jetzt alle, ich schenke Neckargold aus, ich habe 30 Liter Neckargold, 60 halbe. Und jeder, der will, ist willkommen. Also wenn du willst. War denn deine Kandidatur auch eine Kandidatur gegen Oberndorf als Waffenstadt? Meine Kandidatur ist eine Kandidatur für Oberndorf, nicht gegen. Meine Kandidatur ist eine Kandidatur für Oberndorf. Und das mit der Waffenstadt erledigt sich von selber. Weil der Herrgott ein Auge drauf hat. Ganz einfach. Waffen machen, Waffen verkaufen, egal ob in Krisengebiete oder nicht, ist scheiße. Und es erledigt sich von selber. Und die Oberndorfer werden die Quittung kriegen. Oberndorfer werden die Quittung, die Stadt stirbt aus. Leute wandern ab. Die Leute haben Angst. Und es spitzt sich zu. Das ist gut. Das ist gut. Der Mehrheitseigentümer von Heckler & Koch will den Kritikern des Waffenherstellers mit einer millionenschweren Kapitalspritze den Wind aus den Segeln nehmen. Der Investor Andreas Heeschen ist mit 51 Prozent an Heckler & Koch beteiligt. Er hat nach eigenen Angaben 60 Millionen Euro Eigenkapital aus seinem Privatvermögen zugeschossen, um die Nettoverschuldung zu senken. Der Investor gilt als Öffentlichkeitsscheu. Der Nachrichtenagentur Reuters sagte er gestern wörtlich, wir müssen das schlechte Image korrigieren. Es ist Herbst geworden. Auch Oberndorf muss immer mehr Flüchtlinge aufnehmen. Heckler & Koch hatte mich angerufen. Beziehungsweise hat angerufen, da war ich nicht da, ich habe zurückgerufen. Und da wurde unsere Geldspende angeboten. Aber wir hatten uns im Vorfeld, im Orga-Team beschlossen, dass wir keine Spende von Waffeindustrie annehmen. Das war für uns klar. Und von daher habe Heckler & Koch das auch klar gesagt, dass wir uns dazu entschlossen haben, keine Geldspende von irgendeiner Waffeindustrie anzunehmen. Was war die dahinterliegende Begründung von eurer Seite? Von unserer Seite war die Begründung, dass man einfach sieht, ohne Waffe gäbe es nicht diese Flüchtlingsflut. Es hat was mit Waffe zu tun, wir können das sehen, wie wir wollen. Hier werden Menschen in Syrien von oben bombardiert, von unten massakriert. Es hat mit Waffe zu tun, immer mit Gewalt. Und die Menschen sind diesem ausgeliefert. Und kein Mensch verlässt die Heimat ohne wichtigen, ohne treftigen Grund. Das hat mit der Flucht auch was zu tun. Eine Theatergruppe aus Augsburg probt in der Oberndorfer Neckarhalle eine unvollendete Mozart-Oper, Saide. Im Mittelpunkt der Geschichte steht die Flucht eines verfolgten Liebespaares. Er kommt mit einem blutigen Hemd zurück. Am Oberarm hat er eine Kugel abbekommen. Da beschließt er zu fliehen. Im Ensemble auch Syrer und Iraker. Ich frage die Sopranistin Claudia Lanz, warum ein Gastspiel ausgerechnet in Oberndorf. Die Oberndorfer haben uns eingeladen. Die sind hier sehr, sehr aktiv, haben tolle, aktive Flüchtlingsnetze. Und das Spannende war, dass wir eben gestern auch in einer barocken Kirche miteinander syrisch gefestet haben. Ist Ihnen bekannt, dass in dieser Kirche die Waffenindustrie von Oberndorf begonnen hat? Das war mir nicht bekannt, das ist mir jetzt gestern erzählt worden. Das war mir nicht, das ist natürlich ein krasser Kontrast, aber vielleicht muss man gerade dagegen singen und gerade da ein Friedensprojekt machen, wo solch eine Energie herrscht. Der zweite Akt wurde für die Aufführung umgeschrieben. Jetzt kommen die Flüchtlinge aus Europa und wollen nach Arabien. Wir können doch nicht ganz Europa aufnehmen. Nein! Vorabschlag, hol Al-Mars! Der Tag der Aufführung. Ein großes Ereignis in der Waffenstadt. Die Halle ist ausverkauft. Und auch fast alle, die ich inzwischen kennengelernt habe, sind gekommen. Hallo! Ich darf Sie ganz herzlich in der Neckarhalle Oberndorf begrüßen. Mein Name ist Hans-Joachim Ahner und bin vom Kulturamt der Stadt Oberndorf. Sehen Sie persönlich einen Zusammenhang zwischen der Flüchtlingsproblematik und der Waffenexportpolitik der Bundesregierung? Natürlich kann man einen Zusammenhang sehen, weil die Flüchtlinge, die im Krieg fliehen, die fliehen natürlich auch vor Waffen und vor Gewalt. Nur die Ursachen sind nicht allein die Waffen, sondern das ist dann die Politik im jeweiligen Lande. Wir können nicht zurück! Wir können nicht zurück! Wir können euch nicht helfen! Wir haben selbst genucke Probleme! Wir können nicht zurück! Wir können nicht zurück! Wir können nicht zurück! Sie lassen uns in der Zelle schlafen. Besonders berührend, Berichte über Fluchterlebnisse aus heutiger Zeit, haben die Autoren in das Libretto der Mozart-Oper von 1799 eingearbeitet. Zum Beispiel diese Szene. Schlaf ist ein Fremdwort für mich. Keine Nacht schlafen. Nachdenkungen an creep – wie eine 세상 gar nicht. Mit Gott schlafen Sie auf keinen Zeitraum. Du liegst wach. في war,ばullter zu фильм. Irgendwann kommt nur der Schlaf. dass ein Salär CAPTALLAG yeuxchen, wie eine Unmacht. Und wie ein 18 Gradler Igle KHZAD sein wird mon它. Und schon im nächsten Moment schreckst du sie leer? sóf Gott, Udi annäß dich! Undソ off exchagen, gollon loaded kaputt! Der Bundessicherheitsrat hat der Oberndorfer Rüstungsfirma Heckler & Koch Waffenexporte im Volumen von 4,7 Millionen Euro genehmigt. Laut der Agentur Reuters gehen die Exporte unter anderem in die Vereinigten Arabischen Emirate und den Oman. Ich frage mich, wird es mit den Waffenexporten aus Oberndorf in Krisen- und Kriegsgebiete ewig so weitergehen? Wie lange noch werden Waffen von hier aus unkontrolliert weiterverkauft an Waffendealer und Warlords, die ihr Geld in Steueroasen wie Panama verstecken? Mit versteckter Kamera suchen wir nach Gewehren, die die Bundeswehr zuvor an die Peschmerga geliefert hatte. Schon am ersten Stand werden wir fündig. Sturmgewehre vom Typ G3 des deutschen Herstellers Heckler & Koch. Die Registrierungsnummer auf der Waffe macht klar, woher das Gewehr stammt. Das Kürzel BW steht für Bundeswehr. Die Bundesregierung plant in den nächsten Wochen weitere Waffenlieferungen in den Nordirak. Auf den Märkten sollen die Preise für deutsche Waffen inzwischen schon gesunken sein. Das Angebot ist einfach zu groß. Adventszeit. Wir mischen uns unter die Leute. Wie denken die Oberndorfer über das ablaufende Jahr? Es war einmal hoch, es war einmal tief, es war einmal, naja, hauptsächlich ist Ohrendorf negativ in der Presse gewesen. Aber die Ohrendorfer selber hat das eigentlich gar nicht so getroffen. Dass man so durch den Kakao gezogen worden ist, auf Deutsch. Das hat mir viel ausgemacht. Das stinkt mir nämlich. Und das ist mein Kommentar dazu und fertig. Ich bin Heckler & Koch die Waffen nicht gemacht. Dann macht es jetzt nicht woanders. Weil es gibt ja viele, viele Waffenproduzenten, aber über die schreibt niemand. Nur Heckler & Koch. Und das ist halt jetzt ausgerechnet hier in Romkauf. Es hat immer geheißen, wenn wir die Waffen nicht machen, dann macht es ein anderer. Das heißt, natürlich unser Lebensstandard hängt auch davon ab. Wir leben, das ist unser Arbeitsplatz, unsere Arbeitsstelle. Wir leben auch von der Industrie hier. Und die Tendenz sagt halt, ist egal, was man schafft. Hauptsache man kann überleben. Und das ist im Raum Oberndorf total keine andere Möglichkeit. Für mich ist am Ende der Geschichte klar, Oberndorf kommt von dem faustischen Pakt mit der Waffenindustrie so schnell nicht los. Und Roland Bisswurm, der verhinderte Bürgermeister? Er trauert um das letzte echte Wirtshaus von Oberndorf, dem Schützen. Ich werd so richtig erwachsen, sie fügt mir einen guten Job. Ein letztes Mal vor der Schließung wird hier groß aufgespielt. Ich werd so richtig erwachsen, sie fügt mir einen guten Job. Nach Bisswurms Ansicht gelingt die Erhaltung des Kulturerbes nur in anderen Städten. Ich hab jetzt vor kurzem in Rottweil Musik gemacht. Du kriegst mit, dass die sich um ihre Stadt kümmern. Also die wissen, was ihre Kulturerbe wert ist. Und was ist, wenn man Waffenindustrie als Kulturerbe bezeichnen will, kann man darauf stolz sein. Und der Fluch, der angeblich auf Oberndorf liegt? Der Schmerz, die Trauer? Langsamer, langsamer. Ja genau, das ist geil. Jedes Mal, wenn ich hinkomme, fehlt wieder ein Stück. Und ich ist wieder ein Stückchen mehr tot. Das ist wie wenn du einem beim Verfaulen zugucken würdest. So eine ganz große Traurigkeit überfällt einen da. Ich mein, ich kling jetzt wie ein 150-Jähriger, verstehst du, der seine Kriegskameraden sucht. Aber so geht's mir. Ich fühl mich da so verwachsen, das ist so, ich weiß nicht worum. Ich versuch ja alles mögliche, bewerbe mich ja ständig für irgendwelche Jobs, die es da gibt. In Rottweil, in Trossingen, immer rundherum, wenn es irgendwelche Stellen gibt, bewerbe ich mich, dass ich wieder heim kann. Ja, you know. Home is home. Hier auf grüner Haar.